Hallo zusammen! Heute stellen wir euch Marie vor. Hallo Marie! Hallo zusammen! Bitte sag uns doch mal, in welchem Beruf du ausgebildet wirst und in welchem Ausbildungsjahr du dich befindest. Ja, ich mache eine Ausbildung zur Universität und bin nämlich jetzt im dritten Ausbildungsjahr. Kannst du uns sagen, was dir besonders gut an der Ausbildung gefällt und vielleicht sogar an der Firma ABS? Ja, ich finde es sehr gut, dass man bei ABS alle so weicher einmal reinschauen kann. Sehr vielseitig und ja, die Kollegen sind auch alle sehr nett. Ah, voll des Lobes! Das freut uns! Marie, wie bist du denn auf uns aufmerksam geworden und weißt du noch, warum du dich für ABS entschieden hast? Ja, ein paar Bekannten haben sich hier auf dem Thema gearbeitet und haben immer ein bisschen von dem Thema ABS gesprochen. Und dann haben wir auch mal einen Tag bekommen, wo wir noch hier in der Schule machen. Ah, das freut uns sehr zu hören. Marie, eine Sache noch. Hast du dir schon Gedanken für die Zukunft gemacht? Was möchtest du nach deiner Ausbildung machen? Ja, das habe ich tatsächlich schon. Ich würde mich ganz gerne dann noch weiter fortbilden. Ich würde das aber auch ganz gerne bei der Firma ABS machen, ja. So weit die Filme respektieren möchten, dass ich noch weiter hier bleibe. Ah, das freut uns mehr als zu hören, nicht wahr? Gut Marie, vielen, vielen Dank für das Interview. Gerne.